Grüß euch wieder, ich bin's der Ludwig von der Kinimuse. Heute möchte ich euch wieder ein bisschen einen Mehrwert liefern, ein bisschen einen Einblick geben in meine Zirch-Vergangenheit. Ich spiele ja seit 17 Jahren knapp Zirch und möchte euch heute die fünf wichtigsten Erfahrungen mitgeben, dass ihr, wenn ihr anfänger seid oder ganz davor steht, jetzt erst auch zu fangen oder vielleicht auch schon ein bisschen spielt, nicht machen solltet. Ja, fangen wir an, los geht's. Kinimuse. Erstens, es gibt ja jetzt sehr viele Möglichkeiten bei der Zirch, dieses Instrument online zu lernen, was es ja bei anderen Instrumenten nicht so stark gibt. Das liegt daran, dass die Zirch einfach schön zum Erklären ist, schön mit Videos rüberzubringen ist und dass ich eigentlich nur das nachspielen muss, was der Lehrer online mir zeugt. Das finde ich ganz gut und ich möchte von Anfang an schon mal sagen, geht's auf so einer Online-Plattform, meldet euch da an, die euch sympathisch sind, die euch passen. Ich werde einmal ein Video machen, werde ein paar Online-Schulen vergleichen, aber generell macht es mit keiner der Größeren was falsch. Die Kleinen kenne ich nicht, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Was mich nur stört an so ziemlich allen Schulen ist ein bisschen das Versprechen, ich weiß jetzt nicht, ob eine Schule das auch vielleicht nicht direkt verspricht, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber einige nehmen den Satz, du lernst spielen nach Gehör. Das stimmt einfach nicht. Nach Gehör spielen ist für mich das, ich mache Spotify-Lied auf, höre das und spiele das dann nach. Nimm die Zirch-Intent und sage, ja, da muss ich drücken, ich bin schon drin, ich höre, dass das ein S ist, dann kommt da ein F, dann kommt das und das und das. Der Ton, das lernst du in einer Online-Schule nicht. Das lernst du aber auch nicht mit einem Lehrer, muss man auch dazu sagen. Das kommt mit der Erfahrung oder auch gar nicht und ist auch nicht so dramatisch. Die Online-Schulen, finde ich, geben eher das, oder sollten eher das Versprechen geben, spielefrei. Ja, das stimmt nämlich, frei spüren, ohne Noten spüren, da kriegt man ein bisschen, finde ich, ein bisschen mehr Gefühl in die Stickeleine, weil man sich nicht so auf dieses, auf das Blatt konzentrieren muss und nicht einfach ein bisschen das besser spüren kann, ein bisschen mit dem Publikum arbeiten kann, finde ich persönlich eine schöne Sache. Trotzdem, wenn ihr eine Online-Schule habt, würde ich euch trotzdem immer raten, nehmt einen Lehrer in eurer Gegend, der was drauf hat. Zahlt es einen Zehner mehr in der Stunde, eine Stunde beim Zirchlehrer kostet ungefähr so 60 Euro, würde ich jetzt einmal sagen, ungefähr. Und könnt ihr euch einmal im Monat oder alle zwei Monate einmal eine Stunde gönnen und geht es doch hier und sagt, hey, ich spiele dir jetzt ein Stück vor, sag mir du, was ich besser machen kann, damit ihr so schnell wie möglich dieses Zirchstück verbessert. Also gar nicht mit vielen großen Erwartungen hingeht, sondern spielt ihr euch eine Reparate-Stücke vor und die sollen euch dann verbessern. Das sind meistens nur zwei, drei Verbesserungen, die aber euch wieder weiterbringen. Also die Kombination aus einer Online-Schule und einem Lehrer, finde ich, die beste Lösung, um anzufangen. Habe ich am Anfang nicht gemacht. Ich habe zehn, zwölf Jahre nur mit Griffsschrift gelernt. Habe auch einen, sage ich jetzt einmal, einen mittelmäßigen Zirchspieler als Lehrer gehabt. Der war so ganz gut in alle anderen Instrumente. Die Zirchkönnen hat sich aber halt auf normale Sachen beschränkt und hat halt auch eine gewisse Art gehabt, wieder spült. Und ich habe ein Jahr lang Unterricht genommen, muss ich sagen, und die letzten zehn Jahre dann halt drauf, habe ich nur noch für mich selber geübt, ohne Feedback. Und das hat mich ganz schön ausgebremst. Ich bin eigentlich stäblich. Ich habe ein Repertoire aufgebaut mit meinen Griffschriftnoten, das ist klar, die habe ich gekennzeichnet. Ich habe immer nur auf das Ding schauen müssen und das war nicht so meins. Wenn ich das dann aufgehört habe und wirklich frei gespielt habe, dann ist die Lernkurve extrem geworden. Also wirklich, ich kann deswegen sagen von mir, ich spiele nicht 17 Jahre circa, sondern ich spiele 4, 5 Jahre circa. Weil da spiele ich es eigentlich erst wirklich. Also sucht euch, wenn es ihr an der Griffschrift hängt, wirklich eure 5, 6 Stücke raus, die es ihr auch mal auswendig kennt, da werdet ihr schnell merken, hey, das läuft viel besser. Dann gehen wir zum zweiten Tipp. Freies Spielen. Viele von euch lernen natürlich in der Online-Schule das freie Spielen, was auch gut ist, aber einige haben natürlich jetzt auch Griffschrift dabei. Griffschrift hat den Nachteil, dass ich halt mich immer auf das Ding dabei haben muss, darauf konzentrieren muss und ich finde, man hört den Unterschied, ob einer vom Blattl aberspult oder ob er da ein bisschen was einlegen kann, weil er halt noch Kapazitäten im Kopf frei hat, weil er es halt vom Kopf geübt in die Hand reinbringt und dann auch da das aberspulen kann. hat mir sehr viel gebracht. Ich habe zehn Jahre lang, zehn Jahre lang, muss man sich vorstellen, zwölf Jahre lang sogar, mit Griffschrift gearbeitet und ich bin stehblehm von meinem Können. Plötzlich habe ich das einmal aufgehört. Das war da, wo ich mir meine erste Zirch wirklich selber bauen habe lassen, von dem ich allerdings abrate. Da gibt es ein anderes Video dazu beim Zirchkauf. Und da habe ich dann erst angefangen, ich lerne jetzt frei. Es ist ein harter Weg. Es ist richtig hart von der Griffschrift weg zum Können, das auswendig zu machen. Man meint, man hat nicht Zirch gespielt. Aber deswegen macht es das wirklich, da lernt es was und das ist einfach eine super saubere Geschichte, wenn man sowas frei kann. Ihr könnt auf eine Hütte gehen, Zirch steht rum, ihr nehmt das und ihr spielt das ab. Aber das ist einfach super. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Griffschriftspieler einen Vorteil. Die machen ihr Tablet auf heutzutage alles digital, können 250 Liter aber spielen. Ist natürlich eine super Sache. Die Kombination, finde ich, ist wichtig. Lern-Griffschrift auch. Tu dich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, weil du kannst natürlich einen weiteren Lernweg beschreiten. Ich muss nicht nur ein Video haben, ich kann mir auch mal ein Heftel kaufen. Ich kann sagen, ich tue das Heftel her, viele Heftel von sehr namhaften Spielern gibt es einfach nicht als Lernvideos. Dann nehmen wir mal die Griffschrift und arbeite das durch und schaue, dass es auswendig spüre, so mache ich es. Ich lerne quasi mit Videos und mit Griffschrift Heftel, aber ich schaue, dass ich alles so frei wie möglich spielen lerne. Dritter Punkt, geht es bitte auf Seminare. Ich war 10, 15 Jahre nicht auf Seminare. Also wirklich erst die letzten zwei Jahre habe ich angefangen auf Seminare zu gehen. Ihr lernt es Leitkenner, ihr könnt spielen, ihr könnt es zwei, drei Tage nur oder länger, nur mit Zirkverbringen. Ihr habt super Referenten, auch mal andere Spieler. Toll! Also das hebt euch immer wieder aufs nächste Level, wo es die Zirk geht. Ich werde einmal ein Video machen, wo ich alle Seminare verlinke, die ich so kenne, dass ihr auch mal einen Zugriff drauf habt. Mir kommen immer wieder neue Seminare unter die Augen, da wo ich sage, das habe ich nie gehört und den gibt es schon 10 Jahre lang wird das da veranstaltet. Gehört einmal unbedingt ein Video her, wo ich mir alles ein bisschen einfange. Wenn du ein Seminar veranstaltest, schreib es in die Kommentare ab, dass ich es mir merken kann und dann werde ich ein Video drauf machen. Vierter Punkt, öffentlich spielen. Wenn ihr es einmal gehört habt, traut euch, geht es raus, spielt es einmal wem vor und sagt, ich möchte ein konstruktives Feedback haben. Nicht immer, aber wenn einer zu spielen kann, hält es euch das Feedback, spielt es irgendwo am Musikantenstammtisch in der Öffentlichkeit und mit öffentlich spielen meine ich auch, dass ihr hier selber aufnimmt und dass du dich selber anschaust, das ist nämlich wirklich richtig greislich. Nimm dein Parade-Stück, tue es abspulen, nimm es auf und schaust dir an, wie hört sich das an? Spule ich das so wie mein Vorbild auf Spotify oder auf YouTube? Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Habe ich nie gemacht, bin ich gerade dabei, ich nehme mich selber auf und höre das mal und denke mir, mein Gott, wo spulst du denn da? Und dann sehe ich erst einmal, der Balk, der bewegt sich, wird sauer, die Finger passen nicht, die Haltung passen nicht, die Betonung da passen nicht, also nehmt es euch selber auf und schaut euch das an und das analysieren. Das ist greislich, aber das bringt euch weiter. Tipp 5, leichte Stücke ausobern. Hat den Hintergrund, jeder von uns möchte natürlich die super schönen Lieder kennen, die da gespielt werden, nehme ich mich selber nicht aus, da gibt es Lieder, die kann ich nie spielen, fehlerfrei mit Betonung, die ich sauber rüberbringe, mit Tempo halten kann, das passiert nicht, da wird es auf meinem Kanal auch mal einige sehen, aber ich probiere mich trotzdem aus, aber solange sie sauber einigermaßen anhören, spule ich es auch. Allerdings, wenn man ehrlich ist und von seiner Spielstärke ein wenig oben geht und da ein schönes Lied raus arbeitet, wo man sagt, ich spule locker oben und da ein bisschen die Punkte setzt, wo spule ich kurze Töne, laute Töne, leise Töne, wo kann ich das Tempo gut halten, weil ich mich nicht mehr so konzentrieren muss auf die Griffe, dann hört sich so ein Lied viel besser an wie so ein ganzer Schwarz, wie der Bemische Traum, den spule ich gar nicht zum Beispiel, weil es mich da immer raushaut und weil ich da Temposchwankungen drin habe. Also sucht euch für eure Stammtische, für das öffentliche Spielen, schöne Lieder aus, dass ihr die ausmeißeln, dass das schön passt und dass ihr im Hintergrund an der nächsten Stufe arbeiten, dass du sagst, hey, was ist denn ein Schwarz Lied, da beißt ihr mir gerade ein bisschen die Zähne aus, die übt es auch, das ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, das ist eh klar. Weil genau dasselbe habe ich gemacht. Ich habe viele schwere Stücke ausprobiert und da und gemacht und bin einfach eigentlich stehen geblieben, weil ich habe dann auch die Lieder gehabt und dann hat mich auch noch gefragt, hey, kannst du das spielen? Ja, ich spiele es schon, aber eigentlich mag ich es nicht, weil der zweite Teil, den kriege ich nicht hin und ich weiß insgeheim, da brauche ich noch ein halbes Jahr, bis ich den hinkriege. Deswegen eher an 5 bis 10 sauberne Parade-Stücke arbeiten. Das dauert alles ein bisschen, aber irgendwann, wenn sie die einfachen Lieder ausarbeiten, werden sehen, steigt es plötzlich eine Stufe und irgendwann könnt ihr auch das schwere Stücke sauber oben spielen. Ja, jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick gegeben in meine Zirch-Vergangenheit, wo ich so Fäller gemacht habe. Ich habe noch viele andere Fäller gemacht, die bei Gelegenheit auf dem Kanal auch noch mal Ansprecher werden. Wenn es ihr sagt, das stimmt überein mit meinen Fäller, dann schreibt es gerne drunter. Wenn es ihr selber noch ein bisschen was dazu steuern könnt, was ihr so oft falsch macht und andere Häuser könnt, ist das super, dann schreibt es drunter. Bleibt es aber immer fair in die Kommentare auch drinnen. Zirch-Spielen ist Philosophie mittlerweile. Da gibt es viele Meinungen und alle Meinungen haben meiner Ansicht nach Berechtigung und der von DOSA. Also seid es freindlich zueinander. Wie man so schön sagt, wie der Heindlings-Sondag seid es freindlich, genau. In dem Sinne, verabschiede mich, wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Servus.